Ich lerne Deutsch. Nummer 15620 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Mein Vater ist Chemiker. Ich möchte in seine Fußstapfen treten. Chemie ist toll. Mein Vater ist Chemiker. Ich möchte in seine Fußstapfen treten. Chemie ist toll. Mein Vater ist Chemiker. Ich möchte in seine Fußstapfen treten. Chemie ist toll. Schaut euch die Zahlen an. Hier sieht man, dass wir in den letzten Wochen sehr erfolgreich waren. Schaut euch die Zahlen an. Hier sieht man, dass wir in den letzten Wochen sehr erfolgreich waren. Schaut euch die Zahlen an. Hier sieht man, dass wir in den letzten Wochen sehr erfolgreich waren. Der Löwe ist der große, starke und mutige König der Tiere im Dschungel. Ich werde meine Kündigung zurücknehmen, wenn mir ein besseres Angebot gemacht wird. Dann muss ich das Unternehmen nicht wechseln. Die Dokumente müssen noch heute dem Gericht vorgelegt werden. Wir sind nicht mehr so gut zu Fuß. Deshalb stützen wir uns gegenseitig. Wir sind nicht mehr so gut zu Fuß. Deshalb stützen wir uns gegenseitig. Wir sind nicht mehr so gut zu Fuß. Deshalb stützen wir uns gegenseitig. Vergiss bitte nicht. Diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.